Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen die meisten den Herrn Parquet doch, aber ich möchte kurz seine Biografie vorstellen. Ist es okay für Sie? Die Hauptstationen 52 in Deggendorf geboren, dort aufgewachsen und Abitur im Comenius-Gymnasium. 1973 kam er dann zum Kunststudium nach München, besonders bei Professor Hans Daucher. Er hat 1978 das Staatsexamen als Kunstlehrer gemacht und hat dann auch gleich diesen Beruf ausgeführt in verschiedenen Städten, in Ingolstadt, Regenstauf, Schönach, Plattling. Mit 28 Jahren, 1980, hat er aber in Deggendorf die Galerie Parquet eröffnet. Und ich kann mir vorstellen, wie das war in so einem Ort. Ich komme mir auch so aus der Gegend. Was ist denn das in der Galerie? Sie sind mit ihrer Frau hingegangen und mussten wahrscheinlich erstmal groß erklären, was sie da eigentlich vorhatten. Ich nehme mich an. Er vertritt, ich habe Christian durchgezählt, derzeit 25 Künstlerinnen und Künstler, hat aber sicherlich insgesamt über 100 Künstlerinnen und Künstler vertreten, also eine bedeutende Aufgabe und Arbeit. 1986 hat er dann den Kunstverein Deggendorf begründet und war dort bis 2020 aktiv beteiligt. Seit 2009 ist er freischaffender Künstler und Autor, unter anderem bei Wikipedia. Er wohnt in Offenberg, das ist bei Deggendorf, ich weiß nicht wie weit genau entfernt, und hat coronabedingt, also auch in Folge dieser Zeit, letztes Jahr sein Atelier aufgegeben. Aber Gott sei Dank, sie führen es noch von zu Hause aus weiter, soweit ich das verstanden habe. Er ist im Berufsverband Bildender Künstler und im Kunstverein Passau. Das sind also vorwiegend Jahreszahlen jetzt gewesen, die doch so vieles beinhalten im Leben von Herrn Parkin. Seine weitere Verbundenheit zu seiner Heimat, die vielen Künstlerinnen und Künstler, die er betreute, ein großes soziales und künstlerisches Leben und Gefüge, das weit über Deggendorf hinausreicht, also auch auf jeden Fall nach Passau, aber auch, ich habe nachgeschaut, auch Richtung Augsburg haben sie Künstler vertreten. Und im Geiste ist er sowieso weit, ist Herr Parkin sowieso weit über seine Heimat hinaus tätig. Ich habe ein bisschen auf seine sehr sorgfältig gepflegte Homepage geschaut, und es findet sich dort sehr Interessantes und auch kleine Filme zu seinem Schaffen. Er ist ein vielfältiger, kreativer und neugieriger Künstler. Er sagt, jede meiner Arbeiten ist eine experimentelle Suche nach neuen Ausdrucksmöglichkeiten, und auch bei uns zeigt er Verschiedenes. Er zeigt hier im Erdgeschoss im vor- und drüberen Teil in der Vitrine eine Auswahl von kleinen Plastiken. Er nennt sie Nature Mades in Anlehnung an die Ready Mades von Marcel Duchamp. Und dann gleich, wenn man raufkommt, zwei fantastische Arbeiten mit Vierkanthölzern, Obart, die farbliche Fassung spielt eine besondere Rolle. Je nach Blickwinkel der Betrachtenden ergibt sich ein völlig neues Bild, und ich genieße das besonders, immer wenn ich da vorbeigehe während des Tages. Dann vor Sporserien, das ist Schablone, Schablonendruck oder auch Stenceotechnik, aufgetragen mit der Walze und das ist ein Hauptinstrument. Ich habe schon gedacht, vielleicht hat er einen dabei heute. Und da malt er meistens Inzipenzen von fünf Bildern, die nach vier Größen, und nennt diese Pentaküchen. Dann, Walzentechnik sind auch zwei große Karfen, eine von hier und eine im ersten Stock. Ja, dementsprechend ist auch unsere Ausstellung hier alles Walzegrund betitelt, weil das der große Hauptteil ist. Gemeinsam mit diesen Werken, der Paket plant alles sehr sorgfältig, fertige Skizzen und Modelle, er arbeitet sehr präzise. Und in dem Zusammenhang muss ich ein kleines Comment erzählen. Ich habe immer sehr längliche E-Mails an ihn geschrieben. Und er hat dann in ganz wenigen Zeilen knapp und auf den Punkt gebracht, alles beantwortet. Das war die Klasse. Ich habe mir gedacht, oh, was muss er sich wohl denken für meine länglichen Ausführungen. Die Geometrie und die strenge geometrische Formgebung und auch Zahlen, vor allem die Zahl fünf, spielen dabei bei ihm eine große Rolle. Dies wird er in einem kurzen Rundgang aber jetzt dann selbst erläutern. Ich habe auch nur seine Werke dargestellt, damit sie schon mal eine kleine Sortierung haben. Ich denke, er geht ein bisschen mehr in die Tiefe und dann wissen Sie vielleicht schon, welche Bereiche er hier in dieser Ausstellung abdeckt. Aber das ist nicht alles. Er macht noch mehr darüber hinaus. Aber das er bei verschiedenen Ausstellungen in Deggendorf, Passau, Blackling und so weiter zeigt. Also das ist jetzt ein Teilbereich seines Wirkungs. Ich möchte Ihnen im Namen der Münchner Stadtbibliothek großen Dank für Ihre Kunstausstellung aussprechen. Ebenso Ihrem Sohn, Pyrin. Die beiden haben am Montag sehr hart gearbeitet. Und ja, lieber Herr Paquet, die Zusammenarbeit mit Ihnen war sehr toll. Und für mich eine Ehre, mit so einem erfahrenen Künstler und Galeristen zu arbeiten. Das war praktisch das erste Mal in dieser Bibliothek, dass ich mit jemandem, der gleichzeitig auch Galerist ist, gearbeitet habe. Vielen Dank. Zu mir kommen die Themen der Bilder automatisch. Die kriege ich einfach so geschenkt, ohne dass ich da was dazu tun muss. Manchmal drängen sie sich mir auf und ich kann nicht anders, als mich damit zu beschäftigen. Bei dem Bild habe ich also angefangen, das zu planen. Und dann habe ich schon gemeint, ja, so mache ich jetzt das Bild. Dann habe ich es auf den Kopf gedreht und gemerkt, es ist punktsymmetrisch. Also es stinkt langweilig, wenn es zwei gleiche Elemente da drin gibt. Gut. Da habe ich also vom Neuen angefangen. Das war das nächste Ergebnis, das Bild zu planen. Und dann habe ich festgestellt, da sind ja lauter Parallelen drin. Das ist mir auch zu langweilig, das ist mir zu statisch. Und dann beim nächsten Versuch hat es dann geklappt. Da ist also dieses Bild rausgekommen. So ist es mit all meinen Sachen. Das dauert eine Zeit lang. Das Bild handelt von Gleichgewicht und Ungleichgewicht. Man sieht hier dieses Viereck mit der aggressiven Spitze. Das Viereck ist auch noch so gestaltet, dass es gerübt ist. Und dieses Viereck wird von diesem Fünfeck dann aufgehalten, dass es nichts Böses anrichten kann. Das Ganze wiederholt sich aber diesmal im Ensemble. Man sieht also, die Spitze ist da vereinigt, die Fünfecke, das große Fünfeck ist da vereinigt und hält sich die Waage. Schlimm wird es nur, wenn man dann weiter schaut, wenn der Teil immer mehr zurück geht oder auf der Seite immer mehr zurück geht und die Spitze immer mehr gewinnt. Dieses Bild ist die Quintessenz zu vielen Arbeiten, die wir dann oben anschauen werden. Alles Walze! Mein Lieblingsprofessor, der Hakan Ruprecht, der damals tolle Collagen in der Süddeutschen Zeitung gemacht hat, hat zu mir gesagt, du es gibt vielleicht noch was anderes zum Farbauftrag, außer dieses ewige Pinseln. Und dann hat er gesagt, da fährst du jetzt zum, ich weiß nicht mehr wo ich das kaufe, in München, und kaufst du so eine Böttcherwalze. Und da habe ich dann eingeführt in die Technik, wie man so eine Walze arbeitet. Das funktioniert folgendermaßen. Man tupft also die Ölfarbe auf eine Glasplatte und verwalzt es in alle Richtungen. Und dann ist die Walze ganz, ganz ebenmäßig mit Farbe bedeckt. Aber da könnte man jetzt das alles weiß machen. Wäre auch ganz langweilig. Ich habe da noch eine Bekannte, die sammelt für mich schon solche Produkte, solche zerknüllten, ungebrauchten Wellpacken. Oder da sind nur Papiere zerknüllt. Mit dieser sauber eingefärbten Walze gehe ich dann da drüber und dann ist das Muster auf der Walze. Und dann kann ich nicht einfach loswalzen. Es geht ja alles daneben. Und da kommt die Schablone oder die Abdeckung zuzuge. Ich habe das also immer sauber mit Klebeband abgeklebt und habe dann die einzelnen Teile gestaltet. Und zwar so, dass es nicht langweilig wird. Jedes Teil muss ja an sich spannend sein. Ich bin kein Grafiker, der den laute gleiche Flächen macht. Sondern es soll jede Tafel für sich ein vollkommen neues Bild ergeben. Ich habe gesagt, das ist die Quintessenz von meinem Erleben im Jahr 2000. Und ich möchte mehr dazu sagen, wenn wir uns genau gegenüber in die Bücherei gehen, begeben ein Stockwerk höher. Das Bild da zeigt also eine Ordnung, eine Ordnung, die zusehends ins Wanken gerät. Die lebt zwar noch ein bisschen beieinander, wackelt aber. Dann bei dem Bild war ich so entsetzt über die Einzäunung, über die Einfärbung der Menschen. Die Zäunen, die Demonstranten sind also mit Zäunen eingepfercht. Und am frühen Morgen ist schon der Zaun verrückt. Sie sehen also, ich arbeite immer so fast wie Filmbilder. Ein Ding nach dem anderen. Da wird also der Zaun verdrückt. Und da ist er schon zerstört in dem Bild. Man könnte jetzt ganz kitschig verletzte Leute malen oder sowas. Aber ich glaube, das sagt sehr sehr viel über die Gewalt gegen die Freiheit. Über die Gewalt der Menschen aus. Ohne dass es kitschig wirkt. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Und handelt nicht vom Leonardo da Vinci, sondern vom Leonardo da Pisa. Der Leonardo da Pisa ist Ihnen sicherlich besser bekannt als Fibonacci. Der Fibonacci war ein italienischer Mathematiker und hat im Jahr 1201 eine Zahlenreihe entwickelt. Die Zahlenreihe geht immer von der Addition zweier benachbarten Zahlen aus. Also 1 und 1 ist 2, 2 und 1 ist 3, 3 und 2 ist 5, 5 und 3 ist 8, 8 und 5 ist 13 und so weiter und so fort. Er wollte damals die Kaninchenpopulation beschreiben, wie sich die vermehren. Aber es war sehr erstaunlich. Er hat überhaupt die Formel des Wachstums in der Natur dadurch entwickelt. Also wo man jetzt Ananasschalen, die nach Fibonacci Zahlen aufbaut sind, Schildkrötenpanzer, Blumenblätter in der Natur, ist sehr sehr viel nach dieser Regel aufgebaut. Das ist auch wieder das geplante Fibonacci Bild. Fibonacci hat da auch der Harmonielehre, die es ja nicht nur für die Musiker gibt, lieber Peter, sondern auch für uns Künstler gelegt. Man sieht also da zwei Quadrate mit der Seitenlänge von einer Einheit, dann eins mit doppelter Größe und 1 und 2 ist 3, 5 und 8. Diese harmonische Spirale findet man dann wieder bei dem Nürnberger Künstler Albrecht Dürer. Der hat also diese ganzen Dinge wieder aufgegriffen. Das geht hin bis zum goldenen Schnitt. Das geht die ganze Harmonielehre durch, die sich also auf diesen Fibonacci Zahlen gründet. Und das hat mich also sehr sehr fasziniert und fasziniert mich immer wieder. Jetzt kommen wir dann zum Schluss auch meine, ich nenne es einfach Op-Art, weil es mit Optik zu tun hat. Op-Art ist eigentlich ein bisschen anders definiert. Die beiden Op-Art-Werke, die ich so nenne, die habe ich dann im Aufgang hingehängt, weil man dran vorbei gehen muss. Die verändern sich also total, wenn man sich als Betrachter dran vorbei bewegt. Aber nicht nur als Betrachter kann man sich dran vorbei bewegen. Man kann diese Vierkantstäbe nach Belieben verdrehen. Und so ein Mathematik-Freund, sagen wir mal ausgerechnet über Millionen verschiedene Bilder, was man also da draußen machen kann. Das ist also dann noch ein Fibonacci, diese Geschichte. Ich hoffe, ich habe mich ein bisschen darstellen können und bedanke mich ganz herzlich bei eurer Aufmerksamkeit. Danke, 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 dass Sie da sind. Vielen Dank.